Ja, vielleicht, ähm, weil wir so gut wie immer, Let's Play. Ja. Warum ist die Wartezeit so groß? Ich trage uns gleich in alle drei gleichzeitig. Okay, ich fliege ganz hoch. Ich habe viel, ich habe viel Angst, dass ich aus Versehen irgendwo drücke und falle. Aber ich bräuchte jetzt mal einen Lehrer. Pfff, Entschuldigung. Du nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Hm. Ich bräuchte was, wo ich was verkaufen kann, aber das kann ich wohl auch hier. Ich bräuchte Taschen für eine Bank. Für eine Bank. Mach doch eine Bank, hat er gesagt. Hab schon eine Bank gemacht. Tja. Jetzt sitzt er im Knast, ey. Ja, ziemlich hippel ist da. Ja, wenn man so mehrmals hört, wird's vielleicht witziger. Was ist das? Brauche ich nicht, wiss. So, wollen wir uns mal in die Ruhestellen? Okay. Unsere Helden kehren zurück an den Ursprung ihres Abenteuers. In den friedlichen Wald von Elven. For us. Wo die Hobbits leben. Ich brauche mehr Ausbildung. So, wo finde ich das jetzt? Ich will nicht die Schmiedekunst lernen. Was ist in dem Schmiedekunst? Ich will nicht die Schmiedekunst lernen. Okay. Okay. Lechra, erfülle mich mit Weißsein. Siegel der Gerechtigkeit. Oh, Befehlsruf. 90 Ausdauer. Hand der Erlösung. Ja, wir haben noch nicht den Reiz gelieb. Vielleicht schinkt ihr uns mal ein bisschen Geld. Ja, nur eine. Ja, das ist natürlich eine Menge Gold, die man nicht einfach so bezahlen kann. Ups, I just did it. Juri. Juri. Heldenaufruf, Scooby. Nordend. Ausrufezeichen. Warum bist du schon in der Stimme? Und du nicht? Ich bin in der Stimme. Jawohl. Hä? Aber ich hab dich nicht kommen sehen. Ich glaub, Kaltwetterflug wurde ich auch schon. Let's go. Ich bin dritten. Man kann hier 20 Slot-Taschen kaufen. Ah, das ist eine verzauberte Tasche. Tragbar. Ich schreibe. Immerhin 14 Slot-Behälder kannst du hier kaufen. Ja, Fail muss ich mal kurz sagen. Warum hab ich nicht einfach immer optionshaft billige Taschen gekauft? Wie viel Gold hast du noch? Die Tür ist so ein Mackerer aus. Warum? Hm, 452. Ist das mehr als ich? Ja, aber du hast gar einen Skill zu 200 gekauft. Und einen zu 400, der eigentlich wichtiger gewesen wäre. Hä? Welchen hast du denn zu 400 gekauft? Kaltwetterflug. Du weißt schon, das Ding was, wo wir früher ab 1000 Gold bezahlt haben. Man, das ist vielleicht so billig. Ich hab auch 1000 für duale Talents-Dings da ausgegeben. Ja, I know, dude. I know. Warte mal, wie viel ich das gekauft habe. Warte mal, wie viel Karate. Warte mal, wer es bezahlt hat. Warte mal, ich will dazu wissen, ja. Auf vorderseite hab ich mit dem Droiden 130.000 Gold. Damals hattest du das nicht, weil du keinen Droiden hattest. Aber ich hab das Haustiergeschäft schon geführt. Das stimmt. Das hat uns über Wasser gehalten. Weil es hier so was... Wie viel Geld da durch meine Hände gegangen sind und alles ins Grus-Taschen-Gewirtschaftet. Aber du wolltest es so. Wie hatte ich denn eine Wahl? Ja. Ist das mein 16 Slot-Behälter günstiger gekriegt? Man hat so eine Wahlgröße. Wird einfach mit der ersten Kombo spielen lernen können. Boah. Betreten sie die Arkadras. Konnte man diese Chief-Nutze noch kriegen? Let me check it. Ist da die ganze Gilde das zu tun, ne? Egal. Wir haben Jogsaron gelegt. Übrigens ein alter Gothic-Typ. Ein alter Gott. Die sind gar nicht lieb. Boah, ich bin runtergefallen. Boah. Für ein epischer Moment. Ich fühle mich wie neu geboren. Licht der Morgendämmerung. Ach, Dürr. Aber wir sind jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Weil diese Idee ist knackig schwer. Was ist hier los? Sei mir bitte, dass deine Steuerung noch funktioniert. 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 Das Licht der Morgendämmerung. Wird ich für PvP wohl nicht skillen. Wie viel Heal das eigentlich? So 800 oder was? Pro Aufladung 400. Das ist total nicht wert. Aber halt dann jeden, ne? Also wenn man wirklich mehrere Leute hier muss. Das ist nice. Weißt du, eben hab ich mal gemacht. 2000, 1000, 1000, 1000. Das ist so gut. Ja. Und da ne ziemliche Range. Aber... Ja, so ist ne Zerschlambel. Na gut, jetzt bin ich aber... Aber wenigstens. Für Battlegrounds ist nice. Ah, spitze. Wir sind hier in der Arkadress. Haben wir die Map bitte zeigen? So sieht aus. Wir sind hier. Ich weiß, die Karte ist buggy. Haben wir das so an? Es wird gesmitet. Ja, läuft ganz passabel, ne? Der Anfang, ja. Jetzt kam aber auch noch kein Challenge. Geb ich zu. Ja. Wie herzlich. Bitte hilf mir. Sie wollen mein Fleisch. Ja. Ich hab dir echt alles aufgeboten, was man an Bossmodellen schon gibt. Ist dieser Mob hier stärker als der Boss, an sich? Ne? Ja. Ich glaub, man will nicht, dass wir hier sind. Was machen die Leute da mit dieser Kugel? Oh. 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 Boah, ich hab fast anderthalb Liter Bitterlemmen getrunken, das ist nicht gut. Ach, dann bist du wieder die ganze Nacht wach. Dann springst du in der Gegend rum. Irgendwann triffst du das Fenster doch noch. Ah ja, das scheint mein Boss übrigens. Um, ja. Das ist ein Boss. Und das ist ja weg. 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 Das ist ja weg.